5...4...3...2...1... Mode hat meinen fetten Hit bekommen. Bad Tanks. Lebt es noch? Ja. Warum tankt das denn nicht? Beware! Beware! Hurry, you! Safe! Alter, ohne Witz, ne? Hier, der Red-Tab-Frieger. Ja, nice one. Und Reds? We can't do that. 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 I'm standing right behind. No, you're not standing right behind. There's no way behind. There's no way behind behind. There's no way behind behind. Oh, the things are behind behind, if you're behind behind. Come to the middle. Come to the middle. Come to the middle. We can't do that. 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 Okay, then someone's standing there. Pff. Beware! Destruction! We can't do that. We can't do that. Destruction! Oh shit. On the bottom. Again, we're gonna get him to the center. We're gonna buy you. I think we're going to buy you the next one. Beware. Stay wild. We'll kill you! Look! We'll kill you! Du DUST Was ist der Engel? Keine Ahnung Rubi, du stehst halt am Boss, weißt du? Beschwerst dich, gibt's da keinen Timer für Das ist ein 3 Sekunden-Cars oder so Ganz ehrlich Du hast nicht versucht, das wegzulaufen Pass? Der Boss da, sorry Das ist der Prime, let's strike again, man DUST Der Stein rein, süß Ja Seriously? Das hätte auch keiner ahnen können Bucky Der Boss, der die Fähigkeiten macht Versteh ich Was machst du? Ich mein, du hast den Boss doch am Target da Der hat doch einen Cast bleiben Der 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 Der